Ein Monster. Da ist es. Scheiße. Das ist ja fröhlich. Spaß bei der Arbeit der Mann. Er hofft, das kriegen wir alles drauf. Ich dachte, er wollte laufen. Das ist wahrscheinlich zu tief. Aber ist doch super. Ich kann gar nicht. Okay, wir hören mal auf zu lachen. Die gucken schon übelst, Alter. Die da drüben. Bleib auf ihm. Achso, ja. Wenn die Gorsche dazu noch macht. Jetzt ist er unter Wasser. Jetzt musst du ihn irgendwie draufkriegen. Ah, nee, da ist er. Er hätte ja auch gleich drüben reingehen können. Ja, aber ist egal. Gesichtserkennung hat funktioniert. Jetzt wird es scheiße. Ja, stell auf, geh in die Hoppe oder was. Pass mal auf, dass ich hier nicht runterrutsche. Ja. Ja. Ja.